Ja, es ist so ein klassisches Panoramabild mit Bergen und Tälern. Ich habe die Schulzeit nicht gemocht. Ich bin wirklich der typische Junge, der, wenn er in eine Klasse geht mit Tafeln und Holzbänken und Stühlen, dann kriege ich irgendwie Gänsehaut. Ich mochte es ja einfach nicht. Kann ich jetzt nicht genau erklären. Das ist so eine generelle, angeborene Abneigung. Das ist so ein klassisches Panoramabild.